Ich finde es eine tolle Veranstaltung und vor allen Dingen ist das Schöne für mich an der Sache, dass nicht irgendwelche Profilneurotiker im Vordergrund stehen, sondern die Leute, die es verdient haben, dass die gewürdigt werden, dass die im Vordergrund stehen, im Mittelpunkt stehen und wir alle anderen, wir sind nicht so wichtig. Das ist das Besondere und da unterscheidet sich diese Veranstaltung von vielen anderen.